Open-Air-Premiere im Slum. Gedreht hatten wir im März und April. Bei unserer Rückkehr im November zeigten wir öffentlich den Teil des Films, in dem sich die meisten Leute wiederfinden, den über das Murugan-Fest. Die Islam-Gemeinschaft hatte sich vor dem Tempel versammelt, denn nur hier gibt es abgezweigten Strom für Fernseher und DVD-Player. Vijaya und alle anderen sehen sich heute das erste Mal im Leben selber im Fernsehen. Uns interessiert die Meinung der Beteiligten, wie zum Beispiel die von Sativello, dem seine Bilder vom Ritual offensichtlich gut gefallen. Gebannt starren alle auf den Fernseher. Was wird unsere Hauptdarstellerin Ravi wohl sagen? Der Film war sehr schön und er hat mir gut gefallen. Wir freuen uns, dass ihr ihn uns gezeigt habt. Und das finden auch die anderen. Die Kinder, Vijaya, Sativello und Anjali. Und dann wollen ihn alle unbedingt noch einmal sehen. Tschüss, 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 tschüss. entre J数ens Danke, Mama.